Video. Das kann ich gar nicht jetzt wegmachen. Auflösung sehr hoch. Alles ist klar. Viele Optionen. Erweitert Musik. Aus. Zurück. Nein. Ja, dann spiele ich. Dann versuche ich jetzt. Dann versuche ich jetzt so durchzuspielen. Hallo? Lass mich doch erstmal wechseln. Ja? Und dann. Ja, ich bin ja mal wieder weg. Super. Schön. Berechne das alles. PC. Lauf doch einfach da drüber. Verdammt nochmal. Kannst du nicht einfach das tun, was ich dir sage? Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Weg hier. Weg hier. Sofort. Nachladen. Boah, ich habe keinen Bock da drauf. Es geht mir so auf die... Nein. Boah. Scheiß drauf. Ich hoffe, ich habe es richtig rumgesetzt. Wenn nicht, seht ihr mich jetzt andersrum. Yeah. Mein Monitor ist ausgegangen. Weil das Ding genau da drauf gefallen ist. Boah. Ich setze das jetzt einfach und leicht um. Das kann doch nicht sein, dass das dauernd... Einstellungen. Nein. Spieloptionen. Da ist es. Einfach. So. Jetzt stirbt doch. Einfach. Und lass nicht mich... Das Ganze spüren. Ah. Jetzt läuft das Ganze auch. So. Hier vorne war auch noch einer. Schön. Nachgeladen. Hallo. Wo seid ihr? Wo warst du da oben? Oh. Vielleicht soll ich mich mal... So. Weg mit dir. Das geht mir jetzt so richtig, richtig auf den Nerv. Gib mir deine Munition. Ich brauche die. Weg mit dir. So. Das war Feuer. Scheiße. Jetzt geht das auch nicht mehr runter. Es ist schade. Super. Wie soll ich jetzt hier durch? Okay. Das ist der Einzige, der noch lebt. Das bedeutet... Einmal... Hier rumlaufen. Und... Das ist der Einzige. Da ist doch noch einer. So. Der hatte noch was. Der hatte auch noch was. Und jetzt... Komm. Wo bist du? Ich zeig dich. Weißt du was? Gehst mir auf den Nerv. Geht doch. Hätte ich früher drauf kommen sollen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wieso machen die hier sowas hin, wenn man da nicht durch kann? Oder wenn es überhaupt nichts nützt? Ist auch nichts mehr. Da geht es nirgendwo hoch. Da auch nicht. Ja. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Gebt mir das. Antworte, du Mistkerl. Sonst erschisse ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hippokrit? Und Jan? Wer zum Teufel? Ja, natürlich. Und wir haben ja kein Medipack dabei. Das ist, äh... Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen. Und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ja. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Ach, der eine hat verlängert einen Lauf für bessere Durchschlagskraft. Lass ich hier... So, was haben wir noch hier alles rumfliegen? Ach, schade, dass wir jetzt keine Avantphysics mehr anmachen können. Ach, schade. Na ja. So, das läuft jetzt zumindest alles. Ah. Ja, natürlich kann ich nichts mitnehmen. Äh, habe ich denn... Hallo? Super. Nächstes Level. Nächste Folge. Ich habe schon gespürt, dass mir jemand half. Kahn versicherte mir, dass Börbens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Ja. Vor allem Ding so... Unnötig. Ach so. Das kann ich hier auch nicht mehr rein. Gut. Wie viel habe ich noch für die? Nachladen. Wie viel habe ich noch für die? Komplett. Gut. Wie viel habe ich noch für den Revolver? Nachladen. Geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Okay. Es kann doch bestimmt nur wegen den Schwarzen sein. Oder den... Sie wissen, dass wir hier sind. Den... Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Die Schwarzen. Ich kenne diesen Tunnel. Und er kennt mich. Gehen wir. Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Der sagt... Der sagt... Hier kommen keine Viecher... Immer nach vorne schauen. Ich glaube... Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten. Silhouetten berühren. Ja. Man sollte vielleicht lesen... Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Ich weiß, aber... Wieso ist es so gefährlich? Bitte lasst dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Wenn... Immer nach vorne schauen. Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Ach, die da. Okay. Was liegt da unten? Abgetrennter Finger. Sieht atmen wie im Finger. Ja, komm. Ich möchte diesmal in der Geschichte mal etwas vorankommen. Mama? Wo bist du? Mama! Schön. Sehr schön. Wo willst du hin? Aha. Gut. Hier ist überhaupt keine Tür. Naja. Zur Seite, Artyom. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Okay. Also würde ich sagen, laufe ich demnächst wieder hier entlang. Denn es wäre ja unsinnig, den normalen Weg zu nehmen. Oh mein Gott. ist das gerade am Rücken. Und ich würde sagen, immer nach vorne schauen. Ich höre hier auf. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Gut. Folge mir, aber bleib hinter mir. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.